Wahlkampf 1932. Die Nationalsozialisten wollen an die Macht. Frauen sind eine große Wählergruppe. Sie werden umworben. Ohne sie ist kein Staat zu machen. Deutsche Frauen schließt euch zusammen. Du, deutsches Mädel, gehörst zu uns. Die deutsche Frau wählt Hitler. Die SPD warnt die Frauen, wenn ihr die Nationalsozialisten wählt, werdet ihr wieder Magd und Dienerin. Diesen Rückfall in die emanzipatorische Steinzeit wollen gerade die sozialdemokratischen Parlamentarierinnen verhindern. Sie wissen, was Frauen nach langen, harten politischen Kämpfen erreicht haben. 1919, in der Weimarer Republik, durften sie zum ersten Mal wählen. Zur politischen Gleichstellung kam in den 20er Jahren ein emanzipatorischer Aufbruch in Familie und Gesellschaft. Dieser totale Rollback war einfach gar nicht mehr angesagt. Also man hätte kurz und gut, man brauchte die Frauen. Und da hat man sich dann ein bisschen verändert in der Ausrichtung, hat dann eben auch sehr viel gezielter betont, dass Frauen eben nicht nur Dienerinnen sein sollen, sondern eine Gefährtin des Mannes. Und sie damit versucht wieder einzubinden, auch in die Aufbauarbeit für diesen Staat. Die Frauen sollen Hitler wählen. So retten sie ihre Familie und die ganze Nation. Seit 1932 steigt zwar der Anteil der weiblichen Wähler der NSDAP, trotzdem bleibt sie durch und durch eine Männerpartei.